Ja, willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir starten heute gemeinsam den Story-Modus von Mortal Kombat 9. Wir werden die ganze Geschichte einmal gemeinsam durchspielen. Eine ganz wichtige Information, im Story-Modus selber gibt es leider keine Fatalities. Das Ganze spielen wir komplett im Englischen, weil die englischen Stimmen viel, viel besser sind als die deutschen. Gut, legen wir direkt los. Es wird auf jeden Fall eine sehr geile Story werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Schackles me no longer They masquerade as dragons, but are mere toothless worms My venom spreads It is the end of all things Arna, get him Stop! It is done Your time has passed Agents wasted in foolish resistance Now is the dawn of my rule No strawberry The dog will laugh Me not alone Jerem now tell Yes Melara The time is not harsh So now Thier rule As you will I tell Rejuve ufoi denisei He must win R Lord Raiden What is wrong? Strange visions Ihr amulet. Es ist nichts, Liu Kang. Der Tournament beginnt. Ich bin Shang Tsung. In den nächsten Tagen, alle von euch werden kämpft. Einige hören werden von ihren eigenen Volkern. Einige wurden hierherausch gebracht. Hey, Beautiful. Johnny Cage. Good for you. What? Massive strike? Citizen Cage? Ninja Mime? None of those ring a bell? Kano. Kano? Wasn't in that one. You participate in the most important mortal combat in history. This tournament, the tenth after nine Outworld victories, will determine Earthrealm's fate. If you defeat all of your opponents, you will face one final challenge. Me. Huh. That old geezer's the final challenge? They might as well give me the belt right now. They do have belts, right? What? How did you... Appearances can be deceiving. Our first combatant will be Mr. Cage. Huh. That's right. That's right. Who's it gonna be? Reptile. Okay, Kapitel Nummer 1 mit Johnny Cage gegen Reptile. Der erste Schlag hier geht von Reptile aus. Johnny Cage selber konnte ich leider noch nie leiden. Damals gab's ja diese trashigen Mortal Kombat Filme. Und schon damals fand ich Johnny Cage irgendwie sehr unsympathisch. Oh, hier kommt die Säure. Bam. Konter hier von Cage. Aber er blockt alles richtig gut weg. Nussknacker, sehr schön. Wunderschöne Kombo hier. Da wurde ordentlich ausgeteilt. Tritt hier ins Gesicht. Beine weggezogen. Reptile hier mit seiner Säure hat keine Chance gegen mich. Runde 2. Am Anfang sind die Feinde noch relativ einfach. Später wird alles ein bisschen schwieriger, denn die Gegner passen sich hier an. Bedeutet, umso besser wir sind, umso einfacher wir gewinnen, umso stärker werden die Feinde. Hier sieht man's. Jetzt gerade zieht er mir schon ein bisschen mehr ab. Boah, hier wieder schön den Nussknacker. Bam. Und Sichtbarkeit nicht heute. Ich hab schon ewig keinen Mortal Kombat mehr gespielt. Also meine Skills sind nicht besonders gut. Ein paar Moves kann ich immer noch. Die einfachen nehmen. Bom. Oh, die Säure hasse ich. Die einzig gute Sache hier an Johnny ist der Nussknacker. Oh, die Säure hasse ich. Oh, die Säure ist der Nussknacker. Johnny Cade gewinnt. He got caged. That's it. Haha. Oh, yeah. I'm so pretty. And I'm taking you down. I'm taking you down. I'm taking you out. I'm taking you out. And I'm taking you out. For dinner. Hm, hm. Ugh. Now for your second challenge, Mr. Cage. Baraka! Hm, okay. Nice makeup. But is it really necessary? Woah. They will taste your flesh. Round one. Fight! Alles klar, die nächste Runde hier gegen Baraka. Boah, der legt los. Auch bekannt als das Gesicht. Aber Nüsse knacken kann ich auch gegen ihn. Okay, wir krallen ihn uns. Immer schön hier geben. Ja, wie man sieht, Cage ist so ein Mann, der immer auf die Eier zielt. Aus irgendeinem Grund. Johnny Cade gewinnt. Round two. Fight! Alles klar. Kein Problem für uns. Diesmal hier First Strike. Bam. Woah, 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 woah. Uppercut. Johnny Cage gewinnt. Man, I love those blades. My producer has got to meet you. We're doing Tommy Scissor Fists and- Congratulations, Mr. Cage. Now, finish him! Finish him? Huh. Yeah, right. Kill him! Woah, 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 woah. Wait a second. I'm not gonna kill anyone. Very well. The tournament will resume at dawn. W-what, that's it? Really? Now, where'd that hottie go? Now, where'd that hottie go? You fought well. Thanks. Nice hat. You should be more respectful of Lord Raiden. He is the protector of Earthrealm. The god of thunder. Now look- I-I don't know what kind of role playing you guys are into, but count me out. This tournament is more than a chance for personal glory. We are fighting for the very survival of Earthrealm. What are you talking about? Your last opponent was Tarkatan. He was born with those blades. Yeah. Those things are real. He represents Outworld. Had you lost, the Emperor Shao Kahn would have come one step closer to physically absorbing our world into his. Outworld. Yeah, right, right. The Elder Gods created the Mortal Kombat tournament to give Earthrealm a chance to defend itself. But if we lose this time, Shao Kahn will conquer all. Dun dun dun! Look guys, I'm an actor. I saved the world for the cameras. If this Emperor is really a threat, call the military. Me? I've got a date with a blonde. Chao. What do you see in him? He is a hero, Liu Kang. Though he may not yet know it. I'm standing on it. Just lock onto my RISCOM. Understood. This is your current status. They have Jax. And if I don't fight in this crazy tournament, they'll kill him. I'm gonna try to- Need help? I specialize in rescuing damsels in distress. You again. Listen, I've got serious problems here. I'm in no mood to be hit on by some movie star. Come on. A girl like you shouldn't be wandering around this freak show alone. Look baby. I can't let you run loose without an escort. I don't need an escort. And I'm sure as hell not your baby. Round one. Fight. Alles klar. Sonya Blade. Eine Frau, von der man sich ganz gerne verprügeln lässt. Es gibt Schlimmeres. Bam. Allein die Brüste hier von ihr. Eine Augenweide. Oh, oh, oh. Sogar Sonya hat hier unten Lösse. Die man knacken kann. Normalerweise sollte sie immun gegen den Angriff sein. Wäre eigentlich ganz cool, wenn sie sowas eingebaut hätten. Alles klar. Runde Nummer zwei. Mittlerweile schlage ich mich eigentlich richtig gut. Ich hatte schon die Befürchtung, dass das Ganze hier zu einem richtigen Desaster wird. Aber es geht. Sogar Sonya verprügeln wir. Oh. Das war nicht der Nussknacker, sondern der Gebärmutterschlag. Oh. Oh. Johnny Cage wins. Flawless victory. Haha. Not bad for a... ...girl. Look, sorry about that. I don't need your help. Fine. Have it your way. I'll just leave you to your... ...problems. Good idea. I'll be here. Now that he's softened you up... ...it's my turn. Not man enough for a fair fight? I don't do fair. I need to care. So tell me... ...how are things in command? ... ... ... ... ... SF is on the way. You won't get far. Oh, I got a knack for survival. You, on the other hand, are gonna die here. Yeah. Step away from the lady. Fans think my moves are all wire work and special effects. Truth is... ...I am the special effects. Round one. Fight. Yep, Freunde, was ihr hier seht, ist alles echt. Keine Tricks. Kein doppelter Boden. Cage Power ohne Ende. You get Cage, bitch. Bam, bam, bam. Ich will ihn mir krallen. Bin der Luft hier weggeholt. Zack. Oh! Nein! X-Ray gegen mich. Oh, das tut weh. Damit sind hier meine Beine ruiniert. Ah, Mist, ich hab zu spät gedrückt. Ich wollte eigentlich ihm gerade mit dem X-Ray kontern. Denn meine Anzeige da unten war auch voll. Oh, das muss weh tun, Kumpe. Alles klar, er steht wieder auf. Aber wir machen den Salto nach oben. Oh, hier fliegen die Klingen. Schön gekontert hier. Na komm schon, lass dich einmal greifen, Junge. Hat hier da oben eine Klinge drin stecken? Habt ihr das gerade gesehen? Sah ein bisschen merkwürdig aus. Ja, hier kommt es. Johnny Cage gewinnt. Throw that on your Barbie. Shrimp. Thanks. No problem. Who is that guy, anyway? His name's Kano. He was an informant in our Black Dragon investigation. Big time arms dealers. Turns out he was their leader, giving us the runaround. A lot of our guys got killed because of him. So that's not a costume? Your actual military? Special Forces. Get out. So you know about this threat to the world stuff, right? Raiden called in the cavalry. Raiden? No idea who you're talking about. Damn. He can't be far. He'll have to wait. I appreciate your help, Cage. Johnny. But right now I've got things to take care of. My CO is locked up on this island somewhere. I have to find him. If you miss the first stop. A special tourist, you will busy kaum siotosh.